Nachdenkseiten Die kritische Website Wollt ihr die Welt in Flammen sehen? Ein Kommentar von Jens Berger Am Samstag hielt die Welt den Atem an. Söldnerführer Jeff-Ginny Prigoschin rief zum Marsch auf Moskau auf und es dauerte bis in die Abendstunden, bis eine Verhandlungslösung den Showdown zwischen den Wagner-Söldnern und den regulären Streitkräften vor den Toren Moskaus in letzter Minute verhinderte. Wer am Wochenende die deutschen Medien verfolgte, stieß dort auf eine Mischung von klammheimlicher bis offener Freude. Offenbar hat die naive Hoffnung auf einen Regime-Change in Moskau unsere Meinungsmacher so fest im Griff, dass man sich dafür sogar Chaos und Bürgerkrieg in einem Land herbeiwünscht, das die größte Atommacht der Welt ist. Es kann einem wirklich mittlerweile Angst und Bange werden, wenn man sich den geistigen Zustand unserer Eliten vor Augen hält. I smell civil war in the morning So kommentierte der Bundeswehr-Professor Carlo Masala die ersten Agenturmeldungen zum Aufstand Prigoschens. Masala ist nicht irgendwer. Der Politikwissenschaftler wurde von den Medien zu einer Art Christian Drosten des Ukraine-Kriegs aufgebaut und darf in zahllosen Talkshow und Interview-Auftritten der Öffentlichkeit seine Sicht der Dinge erläutern. Und die ist gnadenlos, transatlantisch, pro-ukrainisch und bilizistisch. Keine Frage, Masala ist ein Falke, wie er im Buche steht. Dass er in den Medien oft nicht so wahrgenommen wird, liegt wohl vor allem daran, dass ihm jene Medien nicht mehr den gesamten Debattenraum abbilden, sondern fast nur noch Falken zu Wort kommen lassen. Und im Konzert der Falken ist sogar ein Carlo Masala nur eine Stimme von vielen. Wie das funktioniert, zeigte am gestrigen Abend das ARD-Format Anne Will in Perfektion. Normalerweise wird in solche Talkshows ja zumindest ein einzelner Gast eingeladen, dessen meist hoffnungslose Aufgabe es ist, die Meinungsmonopol der anderen Gäste zu widersprechen und das Krokodil im medialen Kasperle-Theater zu geben. Das hat dann auch die erzieherische Wirkung, dass dem Teil der Öffentlichkeit, der ebenfalls kritische Positionen vertritt, vor Augen geführt wird, wie einsam sie mit ihrer Meinung liegen und wie falsch diese doch ist. Doch gestern Abend hat man sich offenbar noch nicht einmal getraut, Gegenargumente in dieser orchestrierten Form zuzulassen. Geladen waren neben Masala, die russophobische Journalistin Sabine Adler, der transatlantische Politlobbyist Roderich Kiesewetter und der dem militärisch-industriellen Komplex nahestehende SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Es wurde also ein sehr kleiner, aber sehr mächtiger Meinungshorizont abgebildet, der im Paralleluniversum eine wilde gesamte Debatte repräsentieren sollte. Toll! Dass der Chor der transatlantischen Falken dann sein transatlantisches Gekrähe zum Besten gab, konnte daher auch nicht wirklich überraschen. Schockierend war jedoch die Gleichförmigkeit, mit der man sich mal mehr, mal weniger direkt das Chaos in Russland herbeisehnte. Das war, so schlimm es ist, repräsentativ für die gesamte mediale Berichterstattung des Wochenendes. Auf einmal war der ultranationalistische Oligarch und Söldnerführer Jeffshin die Brigoschen, der bei objektiver Betrachtung eigentlich all das verkörpern müsste, was der politisch-mediale Komplex Deutschlands abgrundtief verachtet, unsere Hoffnung. Die Aussicht auf einen russischen Bürgerkrieg wurde als ein durchaus wünschenswertes Szenario in Kauf genommen. Zwar wünschte man sich nicht offen einen Sieg Brigoschens in diesem Szenario, aber allein die Vorstellung, dass die russische Militärmacht sich nicht in voller Stärke gegen unsere Verbündeten in der Ukraine wendet, sondern sich selbst bekämpft, gilt den Kommentatoren und Experten offenbar als wünschenswert. Das ist nicht nur naiv, sondern auch hochgradig dumm und dies aus drei Gründen. Die Vorstellung, ein offener Konflikt innerhalb der russischen Eliten könnte am Ende von pro-westlichen Kräften genutzt werden, um in Russland das Ruder zu übernehmen, ist pure Illusion ohne jegliche Grundlage. Pro-westliche Kräfte sind in Russland nahezu inexistent und Personen wie unser Darling Alexej Nawalny haben in Russland ungefähr so viel Rückhalt bei Militär, Staatsapparat und Zivilbevölkerung, wie der in Deutschland hochgeputschte Putschist Prinz Reus mit seinen Reichsbürgern hierzulande hat. Und das hat Gründe, für die auch der Westen die Verantwortung trägt. Stichwort Ausverkauf unter Jelzin und Sanktionspolitik des Westens. Russland ist die größte Atommacht der Welt und verfügt nicht nur über atomare Interkontinentalraketen, sondern auch über sogenannte taktische Atomwaffen, die im Falle eines Militärputsches oder gar Bürgerkriegs auch schnell in die Hände von ultranationalistischen Kräften vom Schlager eines Brigoschins geraten könnten. In wessen Interesse soll es sein, dass direkt an der östlichen EU-Grenze ein militärischer Konflikt zwischen atomarbewaffneten Warlords entsteht? Das wäre für die gesamte Welt ein schockierender Albtraum und kein wünschenswertes Szenario. Auch wenn dies für die Russenfresser in Politik und Medien offenbar keine Rolle spielt, Kriege töten Menschen und die meisten Opfer sind in jedem Krieg unschuldig. Wie zynisch kann man sein und sich einen Bürgerkrieg wünschen, dem unschuldige Menschen zum Opfer fallen? Was sind das nur für Menschen, die sich so etwas wünschen? Gemäß einer Definition sind Eliten die Personen, die die Macht haben, Politik nach ihren Überzeugungen zu beeinflussen. So gesehen gehören die Talkshow-Experten vom Schlager eines Carlo Masala zu den Eliten dieses Landes. Ein Land, dessen Eliten die Welt vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig in Flammen sehen wollen, sind eine Gefahr nicht nur für uns, sondern in diesem Falle für die ganze Welt. Würde ich irgendeine Verbindung zu diesen Eliten fühlen, würde ich mich bis auf die Knochen für sie schämen. Doch warum sollte ich? Schließlich weiß ich ja, dass diese Stimmen keinesfalls repräsentativ für meine Mitbürger sind. Sie zeigen lediglich einmal mehr den erbärmlichen Zustand, in dem sich unsere Medien befinden. Und das ist schlimm genug. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.